Eigentlich wollte ich in München studieren, aber ich habe keinen Studienplatz bekommen. Warum kommst du eigentlich nach Wien? Hast du eigentlich schon dein Visum für die Schweiz beantragt? Ich habe eigentlich kein Geld für ein Auslandspraktikum, aber ich habe mich trotzdem für ein Praktikum in Spanien beworben. Im Ausland wollte ich eigentlich schon immer mal arbeiten, aber ich hatte bis jetzt nie den Mut dazu. Hast du dich eigentlich für einen Sprachkurs angemeldet? Willkommen zu unserer Sendung Fernweh. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind sehr beliebte Urlaubsländer bei Touristen aus der ganzen Welt. Die Deutschen, Österreicher und Schweizer zieht es im Urlaub dagegen oft in die Ferne. Viele verbringen ihre Ferien im Ausland und einige von ihnen verlassen ihre Heimat für längere Zeit oder sogar für immer. In den letzten Jahren sind immer mehr Schweizer, Österreicher und Deutsche ausgewandert. Die meisten von ihnen innerhalb Europas, einige aber auch in nicht-europäische Länder. Wir wollten wissen, welche Gründe haben die Auswanderer und wie geht es ihnen in der neuen Heimat? Unser erster Interviewpartner ist Beat Jäger. Herr Jäger, Sie sind Ingenieur und haben in Zürich an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Jetzt leben Sie in Boston. Warum sind Sie in die USA ausgewandert? Nun, meine Arbeit an der Uni hat mir viel Spass gemacht. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Schweiz doch recht eng und klein ist. Und die Forschungsbedingungen sind in den USA einfach besonders gut. Also habe ich mich um ein Forschungsstipendium beworben und konnte so nach Boston gehen. Und ich werde mindestens fünf Jahre bleiben und an der Universität meine Doktorarbeit schreiben. Hatten Sie Probleme, sich in Ihrer neuen Heimat einzugewöhnen? Nein, eigentlich nicht. Mein Englisch ist sehr gut, da ich auch an der Uni in der Schweiz sehr viel Englisch gesprochen habe. Und ausserdem war ich schon während meines Studiums mal für ein Auslandssemester in den USA. Damals allerdings in Seattle. Ich fühle mich sehr wohl in Boston. Ich habe nette Kollegen und Kolleginnen und die Lebensqualität ist sehr hoch. Da haben Sie ja richtig Glück gehabt. Ob das immer so einfach ist, erzählen uns jetzt Jana und Thomas Pichler. Die beiden hatten in Innsbruck eine eigene Bäckerei. Jetzt leben sie seit drei Jahren auf der spanischen Insel Mallorca. Frau Pichler, Herr Pichler, warum haben Sie Ihr sicheres Einkommen aufgegeben und Österreich verlassen? Es war schon immer unser Traum, irgendwann am Meer zu leben. Und seitdem die Kinder ausgezogen sind und studieren, gab es eigentlich keinen Grund mehr in Österreich zu bleiben. Wir kannten Mallorca schon von vielen Urlaubsreisen und haben uns auf der Insel immer wohl gefühlt. Vor drei Jahren haben wir von einer Freundin, die schon länger auf Mallorca lebt, ein tolles Angebot bekommen. Sie hat in Palma de Mallorca ein Restaurant mit typisch österreichischen Gerichten eröffnet und brauchte jemanden, der österreichische Kuchen und Torten bäckt. Also haben wir unsere Bäckerei in Innsbruck verkauft und von dem Geld ein kleines Haus in Palma gekauft. Jetzt backen wir eben dort. Haben sich Ihre Erwartungen auf der spanischen Insel denn erfüllt? Am Anfang waren wir ganz begeistert. Endlich Sonne und Meer. Unsere Freunde haben uns sehr unterstützt. Das war natürlich eine große Hilfe. Aber es war gar nicht so leicht, in Kontakt mit den spanischen Nachbarn zu kommen. Alle sind sehr freundlich und offen. Aber wir mussten natürlich erst einmal Spanisch lernen. Und das ist in unserem Alter nicht mehr so leicht. Es gibt ja auch so viele Deutsche und Österreicher auf der Insel. Da spricht man viel Deutsch und bleibt unter sich. Und haben Sie es inzwischen geschafft, sich besser zu integrieren? Ja. Als wir ein bisschen Spanisch konnten, haben wir eine Linzer Torte gebacken und unsere Nachbarn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Seitdem ist der Kontakt gut. Wir unterhalten uns und helfen uns gegenseitig. Und unsere Nachbarin schenkt uns fast jede Woche ein Glas selbstgemachte Marmelade. Zuletzt Olivenmarmelade. Die ist so lecker. Ja. Und jetzt wollen wir ein neues Rezept ausprobieren. Linzer Torte mit Olivenmarmelade statt Johannisbeermarmelade. Hm, das klingt wirklich sehr interessant. Das würde ich auch gern mal probieren. Unsere letzten Gäste in der heutigen Sendung sind Sarah und Philipp Rode aus Kassel. Sie sind mit ihren zwei Kindern nach Melbourne, Australien gezogen. Frau Rode, Herr Rode, was waren Ihre Gründe, Deutschland zu verlassen? Ich habe in Kassel bei einer Firma gearbeitet, die Brillen und Kontaktlinsen herstellt. Letztes Jahr wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, als Marketingleiterin in Melbourne eine Filiale der Firma aufzubauen. Also als Expert nach Australien. Haben Sie sofort Ja gesagt? Nicht sofort. Die Entscheidung war gar nicht so einfach. Natürlich hatte ich Lust, neue Erfahrungen zu machen. Und es ist auch eine große Chance für meine Karriere. Aber Philipp war zuerst nicht so begeistert. Er hatte ja keine Arbeit dort. Und er hat sich auch Sorgen gemacht, ob die Kinder in der Schule gut mitkommen und neue Freunde finden. Herr Rode, wie waren die ersten Wochen in Australien für Sie? Und wie geht es Ihnen jetzt? Ach, am Ende war dann doch alles einfacher, als ich gedacht hatte. Die Kinder haben sich in der Schule sofort wohlgefühlt und neue Freunde gefunden. Ihr Englisch ist inzwischen besser als meins. Manchmal helfen sie mir und übersetzen mir Wörter, die ich nicht verstehe. Trotzdem ist für mich alles noch ein bisschen schwer. Ja. Ich bin im Moment sozusagen Hausmann, weil ich noch keine Stelle gefunden habe. Das finde ich manchmal ziemlich langweilig. Und mir fehlt der Kontakt zu Menschen. Wenn man die Sprache noch nicht so gut spricht, ist es nicht so einfach, Leute kennenzulernen. Aber ich mache gerade einen Sprachkurs. Also bin ich optimistisch, dass sich das bald ändert. Und Frau Rode, gab es etwas, was Sie in Australien besonders überrascht hat? Oh ja. Die Bürokratie. Australien ist noch bürokratischer, als man es aus Deutschland kennt. Für alles braucht man ein Dokument und einen Termin. Das hätte ich nicht gedacht. Aber zum Glück haben wir viel Unterstützung von der Firma bekommen. Bei der Wohnungssuche, der Anmeldung der Kinder in der Schule und mit der Krankenversicherung. Ja, so ein Neuanfang im Ausland ist sicher auch mit viel Bürokratie verbunden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch Sie gerade im Ausland leben und arbeiten und uns davon erzählen wollen, dann rufen Sie uns doch an oder schreiben Sie uns... Sag mal, Tim, wie findest du Paul? Ich habe gehört, dass er sehr langweilig sein soll. Paul? Nein, auf keinen Fall. Er ist weder langweilig noch spießig. Auf mich wirkt er eher temperamentvoll und selbstbewusst. Außerdem treibt er viel Sport und hat Humor. Echt? Dass er sportlich ist, das wusste ich. Aber humorvoll? Tja, vielleicht kennst du ihn so nicht. Er ist meistens sehr nachdenklich und ruhig. Ja, das stimmt. Ich habe immer gedacht, er wäre schüchtern oder unsicher oder vielleicht sogar ein wenig arrogant, weil er nie mit mir redet. Ach komm, Anna. Sei nicht so naiv und urteile nicht so schnell über andere. Bleib offen und neugierig. Mensch, Clara. Wie lange ist das jetzt her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben? Ein Jahr? Hallo, Georg. Ja, es ist schon ewig her. Schön, dich zu sehen. Und? Wie geht's dir? Du hast deine große Reise ja tatsächlich gemacht. Ganz schön mutig. Ja, weißt du, mit dem Fahrrad durch die Welt. Davon hatte ich schon lange geträumt. Und in den letzten Jahren hatte ich auf der Arbeit ganz schön viel Stress. Es war also einfach Zeit für eine Pause. Zehn Monate war ich unterwegs. In Osteuropa und Asien. Ach, ich bin neidisch. Das war sicher toll. Ich will unbedingt Fotos sehen. Aber sag mal, du bist doch allein gefahren? War das nicht manchmal etwas einsam oder langweilig? Ja, klar. Manchmal schon. Aber ich wollte auch gern frei entscheiden, wie lange meine Tagesstrecken sind und wohin ich fahre. Es war mir nicht so wichtig, möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Ich wollte die Landschaft genießen und schöne Erfahrungen machen. In meinem eigenen Tempo. Und wo hast du übernachtet? Meistens habe ich gezeltet. Da war ich der Natur am nächsten. Das war auch spannend. Manchmal, wenn ich mir etwas zu essen machen wollte, musste ich sogar ohne Streichhölzer Feuer machen. Klingt nach Abenteuer. Hast du auch Insekten gegessen? Nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu extrem. Also, ich könnte ohne Komfort und Technik nicht leben. Gibt es denn auch was, was du vermisst hast? Hauptsächlich habe ich meine Familie und meine Freunde vermisst. Ich hatte zwar mein Smartphone dabei, wollte es aber möglichst selten benutzen. Warum das denn? Wochenlang ohne Kommunikation? Das wäre für mich undenkbar. Naja, ich hatte mein Smartphone eher für Notfälle dabei. Schließlich wollte ich auf der Reise kein unnötiges Risiko eingehen. Na, hoffentlich gab es keine Notfälle. Nein, das nicht. Aber natürlich ging es mir manchmal auch schlecht. In Thailand hat es tagelang geregnet. Und ich hatte ab und zu auch Probleme mit dem Magen. In Indien habe ich sogar einen Tiger gesehen. Da hatte ich richtig Angst. Also so eine Reise ist schon sehr spannend, aber nicht immer leicht. Man kommt schnell an seine Grenzen. Aber du hast nie aufgegeben? Manchmal habe ich darüber nachgedacht. Aber ich habe auch so viele schöne Erfahrungen gemacht. Die Landschaft war wunderschön und es hat Spaß gemacht, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. Die meisten Leute waren sehr offen und gastfreundlich. Ich habe immer wieder gute Tipps von Einheimischen oder anderen Reisenden bekommen und sogar ein paar Freunde gefunden. Wie schön. Und sag mal, hast du für die Reise eigentlich sehr viel vorbereitet? Naja, ich habe mich natürlich darüber informiert, was ich zu den verschiedenen Ländern wissen musste. Geld, Visum, Auslandskrankenversicherung und welche Strecken ich fahren kann. Viel mehr kann man bei so einer Reise eigentlich gar nicht planen. Vieles muss man spontan entscheiden. Da heißt es dann, einfach ins kalte Wasser springen. Du hast ja als Fotografin bestimmt viele tolle Bilder gemacht. Was machst du jetzt damit? Ich versuche über Crowdfunding Geld zu bekommen und möchte dann in Köln eine Ausstellung machen. Vielleicht finde ich auch eine Zeitschrift, die sich dafür interessiert. Ja, dann könntest du eine Fotoreportage in einer Zeitschrift machen. Also von mir bekommst du auf jeden Fall etwas Geld. Die Ausstellung wird sicher super. Danke. Aber jetzt erzähl du mal, was ist denn bei dir so in den letzten Monaten passiert? Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich hätte eine Frage. Ich bin neu in Basel und arbeite hier in einem Pharmaunternehmen. Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit, einen Sprachkurs für Deutsch als Fremdsprache zu besuchen? Ja, da gibt es mehrere. Moment. Hier habe ich es. Wir haben den Abendkurs 1 für Berufstätige wie Sie. Der findet am Montag und am Mittwoch statt. Wir haben am Dienstag und Donnerstag aber auch noch den Abendkurs 2. Dieser Kurs richtet sich aber vor allem an Studienbewerber. Und dann haben wir noch einen Kompaktkurs am Samstagvormittag. Dieser Kurs ist sowohl für Berufstätige als auch für Studienbewerber gedacht. Ah, sehr schön. Und wie sieht es mit dem Sprachniveau aus? Ich möchte gerne einen B2-Kurs belegen. Oh, in unserer Sprachschule bieten wir am Abend alle Sprachniveaus bis C1 an. Am Samstag können wir leider nur Kompaktkurse bis B2 anbieten. Das passt. Wunderbar. Wie sind denn die Kurse aufgebaut? Der Kurs am Samstag hat drei Teile. Sie arbeiten zweimal 45 Minuten mit dem Kursbuch, danach gibt es 45 Minuten Konversation und in den letzten 45 Minuten üben Sie den schriftlichen Ausdruck. Aha. Und ist das in den Abendkursen auch so? Nein. In den Abendkursen wird nur mit dem Buch gearbeitet. Es gibt keine getrennten Module fürs Sprechen oder Schreiben. Es hängt immer ein bisschen von der Lehrkraft ab, welche Schwerpunkte sie setzt. Sie brauchen aber keine Angst zu haben. Sprechen und Schreiben üben Sie in diesen Kursen natürlich auch. Ja, mit dem Schreiben habe ich noch Probleme. Und wie viel kosten die Kurse eigentlich? Also beim Kompaktkurs am Samstag hängt es davon ab, ob Sie nur zwei Unterrichtseinheiten auf 45 Minuten buchen möchten oder alle vier. Die Module im Kompaktkurs sind nämlich getrennt buchbar. Hm. Lassen Sie mich kurz überlegen. Wenn Sie zum Beispiel nur mit dem Kursbuch lernen wollen und deswegen nur die ersten zwei Unterrichtseinheiten buchen, kostet das für Sie 350 Franken. Wenn Sie jedoch alle drei Module buchen, sprich vier Unterrichtseinheiten, ist es insgesamt etwas günstiger. Das wäre also billiger. Aha, okay. Ja, Sie zahlen dann nicht 700 Franken, sondern nur 630 Franken. Sie sparen damit 70 Franken. Und die Abendkurse? Die kosten pauschal 690 Franken. Okay, verstehe. Und gibt's auch eine Ermässigung für Studierende? Eine Freundin von mir möchte auch einen Kurs belegen. Ja, natürlich. Studierende bekommen 10% Ermässigung für die Abendkurse und wenn sie früh buchen, 5% Rabatt auf die Kompaktkurse. Okay. Und wie gross sind denn die Gruppen so? Wir arbeiten generell mit kleinen Gruppen. In den Abendkursen bis maximal 15 Personen. Und im Kompaktkurs versuchen wir, die Gruppen ein bisschen kleiner zu halten. Da sind es höchstens 10 Teilnehmer. Im B2- und C1-Kurs sind es meiner Erfahrung nach oft weniger. Aha, okay. Die Kurse finden jedoch nur statt, wenn sich mindestens fünf Interessenten angemeldet haben. Ah, gut zu wissen. Das können Sie wahrscheinlich erst kurz vor Kursbeginn sagen. Ja, genau. Wir entscheiden das etwa eine Woche bevor der Kurs startet. Bisher haben die Kurse aber immer stattgefunden. Das ist grossartig. Eine Frage hätte ich noch. Der Kompaktkurs am Samstag. Haben die Module Konversation und Schreiben noch irgendwelche inhaltlichen Schwerpunkte? Ja, normalerweise schon. Da der B2-Kompaktkurs sich sowohl an Berufstätige als auch an Studienbewerber richtet, sind das Vorstellungsgespräch und das Bewerbungsschreiben auf jeden Fall feste Schwerpunkte des Kurses. In den Abendkursen ist das anders. Hier werden die Schwerpunkte am Anfang des Kurses in der Gruppe besprochen. Alle Teilnehmer können Wünsche äussern. Ein Schwerpunkt wie Gespräche in Meetings wird zum Beispiel oft gewünscht. Sehr gut. Na, das passt doch. Ich möchte auch noch auf unsere Zusatzangebote hinweisen. Wir bieten immer mal wieder Exkursionen und Veranstaltungen an. Aha. Und worum handelt es sich da? Nun, für die Teilnehmenden der Abendkurse gibt es zum Beispiel nach dem Kurs noch ein Kinoprogramm in der Schule. Und manchmal laden wir deutsche Autoren und Autorinnen zu Lesungen ein. Sehr schön. Gibt es auch solche Angebote für die Kompaktkurse? Ja, natürlich. An jedem Samstagnachmittag laden wir zu einem Besuch im Museum oder zu einer thematischen Führung in der Stadt ein. Ein ganz besonders beliebtes Ausflugsziel ist der Botanische Garten. Okay. Das klingt interessant. Ja, auf jeden Fall. Da lernen Sie die Stadt richtig gut kennen. Sehr gut. Aber sagen Sie mal, wie ist es eigentlich mit den Abschlussprüfungen? Sie meinen, ob Sie bei uns ein Sprachzertifikat erwerben können? Genau. Ja, das geht natürlich. In den Kompaktkursen ist die Abschlussprüfung Standard. In den Abendkursen können Sie wählen, ob Sie ein Zertifikat erwerben möchten. Aber in all unseren Kursen trainieren Sie die Aufgaben, die in der Prüfung vorkommen. Es gibt aber auch einen Extrakurs zur Prüfungsvorbereitung, wenn Sie das möchten. Okay. Das muss ich mir dann noch überlegen. Äh, ich habe noch vergessen zu fragen, wann die nächsten Kurse anfangen. Der Abendkurs 1 startet am 19. August. Der Abendkurs 2 beginnt am 20. August. Der Kurs am Samstag fängt erst zwei Wochen später, am 7. September an, also in acht Wochen. Okay. Gut. Der Kompaktkurs geht übrigens immer von neun bis viertel nach zwölf mit einer Viertelstunde Pause. Und der Abendkurs 1 geht jeweils von sechs bis halb acht. Der Abendkurs 2 ist der späte Abendkurs und dauert von viertel vor acht bis viertel nach neun. Wunderbar. Ich weiß Bescheid. Vielen Dank. Gern geschehen. Melden Sie sich einfach. Das mache ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war sehr lecker. Danke fürs Kochen. Aber wo lasse ich denn jetzt das ganze Geschirr? Die Küche ist schon echt klein. John, sag mal, was hältst du eigentlich von einem Umzug? Ich finde, wir könnten uns doch etwas Größeres leisten. Ich wünsche mir ein schönes, großes Haus. Mitten auf dem Land. Du meinst ein eigenes Haus? Ist das nicht etwas spießig? Nein, finde ich gar nicht. Wir könnten einen alten Bauernhof umbauen und so renovieren, wie es uns gefällt. Stell dir vor, wir könnten uns da völlig frei bewegen und wären frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Verstehe. Aber im Moment haben wir nicht genug Geld, um einen Bauernhof kaufen zu können. Wir müssten dann bei der Bank einen Kredit aufnehmen und dafür brauchen wir ein festes Einkommen. Ich habe Angst, dass wir dann finanziell einfach nicht mehr so frei und ungebunden sind. Außerdem wären wir auf dem Land ganz allein. Unsere Freunde wohnen ja alle in der Stadt und haben kein Auto. Niemand würde uns besuchen kommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind auf dem Land ja nicht besonders gut. Hm. Ja, stimmt. Das ist aber auch ein Vorteil. Es gibt auf dem Land viel weniger Verkehr. Es ist viel ruhiger und die Luft ist viel besser als in der Stadt. Hm. Wenn du frische Luft und Ruhe möchtest, dann könnten wir uns doch auch ein Hausboot am Stadtrand kaufen. So hat man immer Natur um sich herum. Die Vorstellung, direkt am Wasser zu leben, finde ich echt toll. Wasser ist ja total beruhigend und ein Hausboot ist bestimmt günstiger als ein eigenes Haus. Man kauft sich ja kein Grundstück. Vergiss es. Die Liegeplätze sind ganz schön teuer. Und so ein Hausboot ist schon sehr klein. Da hätten wir gar keine Privatsphäre mehr. Und was ist mit einem Garten? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wo würden wir mit unseren Freunden grillen? Und was, wenn irgendwann mal Kinder da sind? Für Kinder ist so ein Hausboot doch überhaupt nicht geeignet. Ja, ja. Du hast ja recht. Weißt du was? Wie wäre es mit einer Groß-WG auf dem Land? Zusammen wäre es definitiv günstiger, ein Haus zu mieten oder zu kaufen. Zusätzlich könnten wir uns auch andere Kosten teilen. Strom, Internet, vielleicht sogar ein Auto. Und wir würden nur mit Menschen zusammen wohnen, die wir gut leiden können. Das fände ich großartig. Ach nee. Nicht so eine Kommune. Dann muss man immer alles zusammen entscheiden. Und es gibt immer eine Person, die man nicht ausstehen kann. Darauf habe ich keine Lust. Und was machen wir, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben haben? Das wird doch nur zu Konflikten führen. Hm. Ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten doch ein großes Wohnmobil kaufen und umbauen. Wir würden jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen. Am See, in der Stadt, im Wald. Zum Verreisen ist ein Wohnmobil super praktisch. Wir reden so oft über längere Reisen, die wir gern noch machen würden. Und das Beste? Wir würden uns die monatlichen Kosten wie Miete, Nebenkosten und so weiter sparen. Da hätten wir doch auch keinen Platz. Nein, sowas kommt für mich nicht in Frage. Ich habe keine Lust, längerfristig auf nur acht Quadratmetern zu wohnen. Außerdem wäre dann alles komplizierter. Duschen, kochen, spülen, Müll entsorgen, Wäsche waschen. Sag mir, wie wir das alles in einem Wohnmobil machen sollen. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass wir uns noch etwas anderes überlegen müssen. Ja, das glaube ich auch. Wir sollten in Ruhe noch mal darüber nachdenken, wo und wie wir wohnen wollen. Tja, unsere Altbauwohnung hier gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Könnten wir nicht einfach hierbleiben? Wir könnten die Küche mal aufräumen. Eigentlich wollte ich in München studieren, aber ich habe keinen Studienplatz bekommen. Warum kommst du eigentlich nach Wien? Hast du eigentlich schon dein Visum für die Schweiz beantragt? Ich habe eigentlich kein Geld für ein Auslandspraktikum, aber ich habe mich trotzdem für ein Praktikum in Spanien beworben. Im Ausland wollte ich eigentlich schon immer mal arbeiten, aber ich hatte bis jetzt nie den Mut dazu. Hast du dich eigentlich für einen Sprachkurs angemeldet? Willkommen zu unserer Sendung Fernweh. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind sehr beliebte Urlaubsländer bei Touristen aus der ganzen Welt. Die Deutschen, Österreicher und Schweizer zieht es im Urlaub dagegen oft in die Ferne. Viele verbringen ihre Ferien im Ausland. Und einige von ihnen verlassen ihre Heimat für längere Zeit oder sogar für immer. In den letzten Jahren sind immer mehr Schweizer, Österreicher und Deutsche ausgewandert. Die meisten von ihnen innerhalb Europas. Einige aber auch in nicht-europäische Länder. Wir wollten wissen, welche Gründe haben die Auswanderer und wie geht es ihnen in der neuen Heimat? Unser erster Interviewpartner ist Beat Jäger. Herr Jäger, Sie sind Ingenieur und haben in Zürich an der Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Jetzt leben Sie in Boston. Warum sind Sie in die USA ausgewandert? Nun, meine Arbeit an der Uni hat mir viel Spass gemacht. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Schweiz doch recht eng und klein ist. Und die Forschungsbedingungen sind in den USA einfach besonders gut. Also habe ich mich um ein Forschungsstipendium beworben und konnte so nach Boston gehen. Und ich werde mindestens fünf Jahre bleiben und an der Universität meine Doktorarbeit schreiben. Hatten Sie Probleme, sich in Ihrer neuen Heimat einzugewöhnen? Nein, eigentlich nicht. Mein Englisch ist sehr gut, da ich auch an der Uni in der Schweiz sehr viel Englisch gesprochen habe. Und außerdem war ich schon während meines Studiums mal für ein Auslandssemester in den USA. Damals allerdings in Seattle. Ich fühle mich sehr wohl in Boston. Ich habe nette Kollegen und Kolleginnen und die Lebensqualität ist sehr hoch. Da haben Sie ja richtig Glück gehabt. Ob das immer so einfach ist, erzählen uns jetzt Jana und Thomas Pichler. Die beiden hatten in Innsbruck eine eigene Bäckerei. Jetzt leben Sie seit drei Jahren auf der spanischen Insel Mallorca. Frau Pichler, Herr Pichler, warum haben Sie Ihr sicheres Einkommen aufgegeben und Österreich verlassen? Es war schon immer unser Traum, irgendwann am Meer zu leben. Und seitdem die Kinder ausgezogen sind und studieren, gab es eigentlich keinen Grund mehr in Österreich zu bleiben. Wir kannten Mallorca schon von vielen Urlaubsreisen und haben uns auf der Insel immer wohl gefühlt. Vor drei Jahren haben wir von einer Freundin, die schon länger auf Mallorca lebt, ein tolles Angebot bekommen. Sie hat in Palma de Mallorca ein Restaurant mit typisch österreichischen Gerichten eröffnet und brauchte jemanden, der österreichische Kuchen und Torten bäckt. Also haben wir unsere Bäckerei in Innsbruck verkauft und von dem Geld ein kleines Haus in Palma gekauft. Jetzt backen wir eben dort. Haben sich Ihre Erwartungen auf der spanischen Insel denn erfüllt? Am Anfang waren wir ganz begeistert. Endlich Sonne und Meer. Unsere Freunde haben uns sehr unterstützt, das war natürlich eine große Hilfe. Aber es war gar nicht so leicht, in Kontakt mit den spanischen Nachbarn zu kommen. Alle sind sehr freundlich und offen, aber wir mussten natürlich erst einmal Spanisch lernen. Und das ist in unserem Alter nicht mehr so leicht. Es gibt ja auch so viele Deutsche und Österreicher auf der Insel. Da spricht man viel Deutsch und bleibt unter sich. Und haben Sie es inzwischen geschafft, sich besser zu integrieren? Ja. Als wir ein bisschen Spanisch konnten, haben wir eine Linzer Torte gebacken und unsere Nachbarn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Seitdem ist der Kontakt gut. Wir unterhalten uns und helfen uns gegenseitig. Und unsere Nachbarin schenkt uns fast jede Woche ein Glas selbstgemachte Marmelade. Zuletzt Olivenmarmelade. Die ist so lecker! Ja. Und jetzt wollen wir ein neues Rezept ausprobieren. Linzer Torte mit Olivenmarmelade statt Johannisbeermarmelade. Hm, das klingt wirklich sehr interessant. Das würde ich auch gern mal probieren. Unsere letzten Gäste in der heutigen Sendung sind Sarah und Philipp Rode aus Kassel. Sie sind mit ihren zwei Kindern nach Melbourne, Australien gezogen. Frau Rode, Herr Rode, was waren Ihre Gründe, Deutschland zu verlassen? Ich habe in Kassel bei einer Firma gearbeitet, die Brillen und Kontaktlinsen herstellt. Letztes Jahr wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, als Marketingleiterin in Melbourne eine Filiale der Firma aufzubauen. Also als Expert nach Australien. Haben Sie sofort Ja gesagt? Nicht sofort. Die Entscheidung war gar nicht so einfach. Natürlich hatte ich Lust, neue Erfahrungen zu machen. Und es ist auch eine große Chance für meine Karriere. Aber Philipp war zuerst nicht so begeistert. Er hatte ja keine Arbeit dort. Und er hat sich auch Sorgen gemacht, ob die Kinder in der Schule gut mitkommen und neue Freunde finden. Herr Rode, wie waren die ersten Wochen in Australien für Sie? Und wie geht es Ihnen jetzt? Ach, am Ende war dann doch alles einfacher, als ich gedacht hatte. Die Kinder haben sich in der Schule sofort wohlgefühlt und neue Freunde gefunden. Ihr Englisch ist inzwischen besser als meins. Manchmal helfen sie mir und übersetzen mir Wörter, die ich nicht verstehe. Trotzdem ist für mich alles noch ein bisschen schwer. Ich bin im Moment sozusagen Hausmann, weil ich noch keine Stelle gefunden habe. Das finde ich manchmal ziemlich langweilig. Und mir fehlt der Kontakt zu Menschen. Wenn man die Sprache noch nicht so gut spricht, ist es nicht so einfach, Leute kennenzulernen. Aber ich mache gerade einen Sprachkurs. Also bin ich optimistisch, dass sich das bald ändert. Und Frau Rode, gab es etwas, was Sie in Australien besonders überrascht hat? Oh ja, die Bürokratie. Australien ist noch bürokratischer, als man es aus Deutschland kennt. Für alles braucht man ein Dokument und einen Termin. Das hätte ich nicht gedacht. Aber zum Glück haben wir viel Unterstützung von der Firma bekommen. Bei der Wohnungssuche, der Anmeldung der Kinder in der Schule und mit der Krankenversicherung. Ja, so ein Neuanfang im Ausland ist sicher auch mit viel Bürokratie verbunden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch Sie gerade im Ausland leben und arbeiten und uns davon erzählen wollen, dann rufen Sie uns doch an oder schreiben Sie uns... Sag mal, Tim, wie findest du Paul? Ich habe gehört, dass er sehr langweilig sein soll. Paul? Nein, auf keinen Fall. Er ist weder langweilig noch spießig. Auf mich wirkt er eher temperamentvoll und selbstbewusst. Außerdem treibt er viel Sport und hat Humor. Echt? Dass er sportlich ist, das wusste ich. Aber humorvoll? Tja, vielleicht kennst du ihn so nicht. Er ist meistens sehr nachdenklich und ruhig. Ja, das stimmt. Ich habe immer gedacht, er wäre schüchtern oder unsicher oder vielleicht sogar ein wenig arrogant, weil er nie mit mir redet. Ach komm, Anna. Sei nicht so naiv und urteile nicht so schnell über andere. Bleib offen und neugierig. Mensch, Clara. Wie lange ist das jetzt her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben? Ein Jahr? Hallo, Georg. Ja, es ist schon ewig her. Schön, dich zu sehen. Und? Wie geht's dir? Du hast deine große Reise ja tatsächlich gemacht. Ganz schön mutig. Ja, weißt du, mit dem Fahrrad durch die Welt. Davon hatte ich schon lange geträumt. Und in den letzten Jahren hatte ich auf der Arbeit ganz schön viel Stress. Es war also einfach Zeit für eine Pause. Zehn Monate war ich unterwegs. In Osteuropa und Asien. Ich bin neidisch. Das war sicher toll. Ich will unbedingt Fotos sehen. Aber sag mal, du bist doch allein gefahren? War das nicht manchmal etwas einsam oder langweilig? Ja klar, manchmal schon. Aber ich wollte auch gern frei entscheiden, wie lange meine Tagesstrecken sind und wohin ich fahre. Es war mir nicht so wichtig, möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Ich wollte die Landschaft genießen und schöne Erfahrungen machen. In meinem eigenen Tempo. Und wo hast du übernachtet? Meistens habe ich gezeltet. Da war ich der Natur am nächsten. Das war auch spannend. Manchmal, wenn ich mir etwas zu essen machen wollte, musste ich sogar ohne Streichhölzer Feuer machen. Klingt nach Abenteuer. Ja, hast du auch Insekten gegessen? Nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu extrem. Also ich könnte ohne Komfort und Technik nicht leben. Gibt es denn auch was, was du vermisst hast? Hauptsächlich habe ich meine Familie und meine Freunde vermisst. Ich hatte zwar mein Smartphone dabei, wollte es aber möglichst selten benutzen. Warum das denn? Wochenlang ohne Kommunikation? Das wäre für mich undenkbar. Naja, ich hatte mein Smartphone eher für Notfälle dabei. Schließlich wollte ich auf der Reise kein unnötiges Risiko eingehen. Na, hoffentlich gab es keine Notfälle. Nein, das nicht. Aber natürlich ging es mir manchmal auch schlecht. In Thailand hat es tagelang geregnet. Und ich hatte ab und zu auch Probleme mit dem Magen. In Indien habe ich sogar einen Tiger gesehen. Da hatte ich richtig Angst. Also so eine Reise ist schon sehr spannend, aber nicht immer leicht. Man kommt schnell an seine Grenzen. Aber du hast nie aufgegeben? Manchmal habe ich darüber nachgedacht. Aber ich habe auch so viele schöne Erfahrungen gemacht. Die Landschaft war wunderschön. Und es hat Spaß gemacht, andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. Die meisten Leute waren sehr offen und gastfreundlich. Ich habe immer wieder gute Tipps von Einheimischen oder anderen Reisenden bekommen. Und sogar ein paar Freunde gefunden. Wie schön. Und sag mal, hast du für die Reise eigentlich sehr viel vorbereitet? Naja, ich habe mich natürlich darüber informiert, was ich zu den verschiedenen Ländern wissen musste. Geld, Visum, Auslandskrankenversicherung und welche Strecken ich fahren kann. Viel mehr kann man bei so einer Reise eigentlich gar nicht planen. Vieles muss man spontan entscheiden. Da heißt es dann, einfach ins kalte Wasser springen. Du hast ja als Fotografin bestimmt viele tolle Bilder gemacht. Was machst du jetzt damit? Ich versuche, über Crowdfunding Geld zu bekommen und möchte dann in Köln eine Ausstellung machen. Vielleicht finde ich auch eine Zeitschrift, die sich dafür interessiert. Ja, dann könntest du eine Fotoreportage in einer Zeitschrift machen. Also, von mir bekommst du auf jeden Fall etwas Geld. Die Ausstellung wird sicher super. Danke. Aber jetzt erzähl du mal, was ist denn bei dir so in den letzten Monaten passiert? Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich hätte eine Frage. Ich bin neu in Basel und arbeite hier in einem Pharmaunternehmen. Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit, einen Sprachkurs für Deutsch als Fremdsprache zu besuchen? Ja, da gibt es mehrere. Moment. Hier habe ich es. Wir haben den Abendkurs 1 für Berufstätige wie Sie. Der findet am Montag und am Mittwoch statt. Wir haben am Dienstag und Donnerstag aber auch noch den Abendkurs 2. Dieser Kurs richtet sich aber vor allem an Studienbewerber. Und dann haben wir noch einen Kompaktkurs am Samstagvormittag. Dieser Kurs ist sowohl für Berufstätige als auch für Studienbewerber gedacht. Ah, sehr schön. Und wie sieht es mit dem Sprachniveau aus? Ich möchte gerne einen B2-Kurs belegen. Oh, in unserer Sprachschule bieten wir am Abend alle Sprachniveaus bis C1 an. Am Samstag können wir leider nur Kompaktkurse bis B2 anbieten. Das passt. Wunderbar. Wie sind denn die Kurse aufgebaut? Der Kurs am Samstag hat drei Teile. Sie arbeiten zweimal 45 Minuten mit dem Kursbuch. Danach gibt es 45 Minuten Konversation. Und in den letzten 45 Minuten üben Sie den schriftlichen Ausdruck. Aha. Und ist das in den Abendkursen auch so? Nein. In den Abendkursen wird nur mit dem Buch gearbeitet. Es gibt keine getrennten Module fürs Sprechen oder Schreiben. Es hängt immer ein bisschen von der Lehrkraft ab, welche Schwerpunkte sie setzt. Sie brauchen aber keine Angst zu haben. Sprechen und Schreiben üben Sie in diesen Kursen natürlich auch. Ja, mit dem Schreiben habe ich noch Probleme. Und wie viel kosten die Kurse eigentlich? Also beim Kompaktkurs am Samstag hängt es davon ab, ob Sie nur zwei Unterrichtseinheiten auf 45 Minuten buchen möchten oder alle vier. Die Module im Kompaktkurs sind nämlich getrennt buchbar. Hm. Lassen Sie mich kurz überlegen. Wenn Sie zum Beispiel nur mit dem Kursbuch lernen wollen und deswegen nur die ersten zwei Unterrichtseinheiten buchen, kostet das für Sie 350 Franken. Wenn Sie jedoch alle drei Module buchen, sprich vier Unterrichtseinheiten, ist es insgesamt etwas günstiger. Das wäre also billiger. Aha. Okay. Ja, Sie zahlen dann nicht 700 Franken, sondern nur 630 Franken. Sie sparen damit 70 Franken. Und die Abendkurse? Die kosten pauschal 690 Franken. Okay, verstehe. Und gibt es auch eine Ermässigung für Studierende? Eine Freundin von mir möchte auch einen Kurs belegen. Ja, natürlich. Studierende bekommen 10% Ermässigung für die Abendkurse und, wenn Sie früh buchen, 5% Rabatt auf die Kompaktkurse. Okay. Und wie gross sind denn die Gruppen so? Wir arbeiten generell mit kleinen Gruppen. In den Abendkursen bis maximal 15 Personen und im Kompaktkurs versuchen wir, die Gruppen ein bisschen kleiner zu halten. Da sind es höchstens 10 Teilnehmer. Im B2- und C1-Kurs sind es meiner Erfahrung nach oft weniger. Aha. Okay. Die Kurse finden jedoch nur statt, wenn sich mindestens 5 Interessenten angemeldet haben. Ah. Gut zu wissen. Das können Sie wahrscheinlich erst kurz vor Kursbeginn sagen. Ja, genau. Wir entscheiden das etwa eine Woche, bevor der Kurs startet. Bisher haben die Kurse aber immer stattgefunden. Das ist grossartig. Eine Frage hätte ich noch. Der Kompaktkurs am Samstag. Haben die Module Konversation und Schreiben noch irgendwelche inhaltlichen Schwerpunkte? Ja, normalerweise schon. Da der B2-Kompaktkurs sich sowohl an Berufstätige als auch an Studienbewerber richtet, sind das Vorstellungsgespräch und das Bewerbungsschreiben auf jeden Fall feste Schwerpunkte des Kurses. In den Abendkursen ist das anders. Hier werden die Schwerpunkte am Anfang des Kurses in der Gruppe besprochen. Alle Teilnehmer können Wünsche äussern. Ein Schwerpunkt wie Gespräche in Meetings wird zum Beispiel oft gewünscht. Sehr gut. Na, das passt doch. Ich möchte auch noch auf unsere Zusatzangebote hinweisen. Wir bieten immer mal wieder Exkursionen und Veranstaltungen an. Aha. Und worum handelt es sich da? Nun, für die Teilnehmenden der Abendkurse gibt es zum Beispiel nach dem Kurs noch ein Kinoprogramm in der Schule und manchmal laden wir deutsche Autoren und Autorinnen zu Lesungen ein. Sehr schön. Gibt es auch solche Angebote für die Kompaktkurse? Ja, natürlich. An jedem Samstagnachmittag laden wir zu einem Besuch im Museum oder zu einer thematischen Führung in der Stadt ein. Ein ganz besonders beliebtes Ausflugsziel ist der Botanische Garten. Okay, das klingt interessant. Ja, auf jeden Fall. Da lernen Sie die Stadt richtig gut kennen. Sehr gut. Aber sagen Sie mal, wie ist es eigentlich mit den Abschlussprüfungen? Sie meinen, ob Sie bei uns ein Sprachzertifikat erwerben können? Genau. Ja, das geht natürlich. In den Kompaktkursen ist die Abschlussprüfung Standard. In den Abendkursen können Sie wählen, ob Sie ein Zertifikat erwerben möchten. Aber in all unseren Kursen trainieren Sie die Aufgaben, die in der Prüfung vorkommen. Es gibt aber auch einen Extrakurs zur Prüfungsvorbereitung, wenn Sie das möchten. Okay, das muss ich mir dann noch überlegen. Ich habe noch vergessen zu fragen, wann die nächsten Kurse anfangen. Der Abendkurs 1 startet am 19. August. Der Abendkurs 2 beginnt am 20. August. Der Kurs am Samstag fängt erst zwei Wochen später, am 7. September an, also in acht Wochen. Okay, gut. Der Kompaktkurs geht übrigens immer von neun bis viertel nach zwölf mit einer Viertelstunde Pause. Und der Abendkurs 1 geht jeweils von sechs bis halb acht. Der Abendkurs 2 ist der späte Abendkurs und dauert von viertel vor acht bis viertel nach neun. Wunderbar. Ich weiß Bescheid. Vielen Dank. Gern geschehen. Melden Sie sich einfach. Das mache ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war sehr lecker. Danke fürs Kochen. Aber wo lasse ich denn jetzt das ganze Geschirr? Die Küche ist schon echt klein. John, sag mal, was hältst du eigentlich von einem Umzug? Ich finde, wir könnten uns doch etwas Größeres leisten. Ich wünsche mir ein schönes, großes Haus. Mitten auf dem Land. Du meinst ein eigenes Haus? Ist das nicht etwas spießig? Nein, finde ich gar nicht. Wir könnten einen alten Bauernhof umbauen und so renovieren, wie es uns gefällt. Stell dir vor, wir könnten uns da völlig frei bewegen und wären frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Verstehe. Aber im Moment haben wir nicht genug Geld, um einen Bauernhof kaufen zu können. Wir müssten dann bei der Bank einen Kredit aufnehmen und dafür brauchen wir ein festes Einkommen. Ich habe Angst, dass wir dann finanziell einfach nicht mehr so frei und ungebunden sind. Außerdem wären wir auf dem Land ganz allein. Unsere Freunde wohnen ja alle in der Stadt und haben kein Auto. Niemand würde uns besuchen kommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind auf dem Land ja nicht besonders gut. Ja, stimmt. Das ist aber auch ein Vorteil. Es gibt auf dem Land viel weniger Verkehr. Es ist viel ruhiger und die Luft ist viel besser als in der Stadt. Hm. Wenn du frische Luft und Ruhe möchtest, dann könnten wir uns doch auch ein Hausboot am Stadtrand kaufen. So hat man immer Natur um sich herum. Die Vorstellung, direkt am Wasser zu leben, finde ich echt toll. Wasser ist ja total beruhigend und ein Hausboot ist bestimmt günstiger als ein eigenes Haus. Man kauft sich ja kein Grundstück. Vergiss es. Die Liegeplätze sind ganz schön teuer. Und so ein Hausboot ist schon sehr klein. Da hätten wir gar keine Privatsphäre mehr. Und was ist mit einem Garten? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wo würden wir mit unseren Freunden grillen? Und was, wenn irgendwann mal Kinder da sind? Für Kinder ist so ein Hausboot doch überhaupt nicht geeignet. Ja, ja. Du hast ja recht. Weißt du was? Wie wäre es mit einer Groß-WG auf dem Land? Zusammen wäre es definitiv günstiger, ein Haus zu mieten oder zu kaufen. Zusätzlich könnten wir uns auch andere Kosten teilen. Strom, Internet, vielleicht sogar ein Auto. Und wir würden nur mit Menschen zusammenwohnen, die wir gut leiden können. Das fände ich großartig. Ach nee. Nicht so eine Kommune. Dann muss man immer alles zusammen entscheiden. Und es gibt immer eine Person, die man nicht ausstehen kann. Darauf habe ich keine Lust. Und was machen wir, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben haben? Das wird doch nur zu Konflikten führen. Hm. Ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten doch ein großes Wohnmobil kaufen und umbauen. Wir würden jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen. Am See, in der Stadt, im Wald. Zum Verreisen ist ein Wohnmobil super praktisch. Wir reden so oft über längere Reisen, die wir gern noch machen würden. Und das Beste, wir würden uns die monatlichen Kosten wie Miete, Nebenkosten und so weiter sparen. Da hätten wir doch auch keinen Platz. Nein, sowas kommt für mich nicht in Frage. Ich habe keine Lust, längerfristig auf nur acht Quadratmetern zu wohnen. Außerdem wäre dann alles komplizierter. Duschen, kochen, spülen, Müll entsorgen, Wäsche waschen. Sag mir, wie wir das alles in einem Wohnmobil machen sollen. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass wir uns noch etwas anderes überlegen müssen. Ja, das glaube ich auch. Wir sollten in Ruhe noch mal darüber nachdenken, wo und wie wir wohnen wollen. Tja, unsere Altbauwohnung hier gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Könnten wir nicht einfach hierbleiben? Wir könnten die Küche mal aufräumen.